Der Wetterbericht sagt Sturm voraus hier in Salzburg und auch die Eintracht erwartet einen Sturmlauf der Salzburger. Trainer Adi Hütter erwartet den Gegner aggressiv und von Anfang an offensiv. Sein Gegenmittel ist ganz einfach. Wir müssen in die Zweikämpfe gehen von der ersten Minute an und wir müssen Nadelstiche setzen. Zwei Mann können dabei nicht mitmachen. Bas Dost und Mijad Gacinovic sind zu Hause geblieben. Dafür aber wird Martin Hinteregger wieder spielen können, der ja im Hinspiel gesperrt war. Hinteregger also ist gesetzt. Wahrscheinlich auch Stefan Ilsanker, der zweite, der schon hier in Salzburg gespielt hat. Unter den Zuschauern übrigens morgen Trainer Niko Kovac, mit dem bei der Eintracht ja eigentlich alles angefangen hat. 3000 Frankfurter Fans sind in der Stadt, nur 1500 haben Karten. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt sollen sehr, sehr groß sein morgen. Peppi Schmidt, Salzburg.